Musik 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 Seit dem 30. September Ich habe mir eigentlich überhaupt nichts von der vorstellen können Das war für mich was ganz Neues Weil es hat in meinem Terminkalender drin gestanden Und unter Wasser war im Probe Da überlegt man sich ja Gut, wie soll man da jetzt dringend unter Wasser Wie soll das funktionieren Und lasse ich jetzt hier in so einem Taucheranzug stecken Und es ist halt einfach eine ganz neue Erfahrung Also ich konnte mir nichts von der vorstellen Bin deswegen umso überrasst er Musik 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 Also es ist schwerer als ich gedacht habe, es ist ziemlich, also man geht dann unter Wasser und dann hat man dieses Ding an dem Mund und soll dann gleichzeitig aus der Spritze dann trinken. Es gibt ja dann was zu trinken aus der Spritze, guten Wein und wir haben dann noch Gläser eingeschenkt und das dann Sand rausgelaufen, also ganz toll gemacht auch, aber man muss sich konzentrieren, man muss auch immer daran denken, na gut, ich atme jetzt nur durch den Mund, das ist halt wichtig. Also ich kann das meinen ganzen Freunden nur ans Herz legen und auch allen anderen Leuten, das ist total spannend und man sollte wirklich einfach mal getaucht haben und hier so mit einer Unterwasserbeinprobe, das kriegt man ja nur hier.